Hallo zusammen, Kai Gehring mein Name. Ich bin in meiner Familie der Erste mit Abi und Uni. Ich bin ein Arbeiterkind aus dem Ruhrgebiet und komme daher aus einem nicht klassischerweise akademischen Elternhaus. Ich bin also Student der ersten Generation. Ich habe mit großer Leidenschaft Sozialwissenschaften an der Ruhr-Universität Bochum studiert, weil mich gesellschaftliche und politische Fragen immer schon wahnsinnig interessiert haben. Ich hätte mir als Jugendlicher, so vor 20 Jahren, nicht zu träumen gewagt, dass ich Jahre später da Mitglied des Deutschen Bundestages werde und für die Grünen Obmann im Ausschuss für Bildung, Forschung, Technik, Folgenabschätzung. Denn da ist der Ort, wo ich tagtäglich für Chancen für alle und für ein durchlässiges Bildungssystem fighten kann. Ich habe eine Erfahrung gemacht am Ende der vierten Klasse, am Ende des vierten Schuljahres, die ich als eine sehr, sehr tiefgreifende Weichenstellung empfunden habe. Nämlich in sehr jungen Alter wird dann ja die Frage beantwortet, hey, auf welche Schuhform wechselt denn der Kai jetzt? Und ich hatte da richtig großes Glück. Zum einen hatte ich Eltern, die die Zuversicht hatten, der Kai geht schon irgendwie seinen Weg und die auch die Offenheit mitgebracht haben zu sagen, naja, also da ist schon eine Möglichkeit, unterschiedliche Bildungswege zu gehen. Und gleichzeitig hatten meine Eltern aber auch so eine gewisse Unsicherheit, Mensch, wie ist denn das auf dem Gymnasium? Und wie können wir denn da unterstützen bei Hausaufgaben oder bei der Frage von Englisch oder Mathe, wenn es ein bisschen schwieriger wird? Und dann hatte ich das große Glück, eine Grundschullehrerin zu haben, die irgendwie da auch den letzten Kick gegeben hat und gesagt hat, Mensch, der Kai hat das Zeug fürs Gymnasium und damit auch die Möglichkeit, sich zu öffnen, zu studieren. Und deshalb danke an meine Eltern, die das Grundvertrauen hatten und danke an meine Grundschullehrerin, die da auch den letzten Kick gegeben hat. Denn witzigerweise vom Zeugnis her wäre das für eine klassische Akademiker-Familie selbstverständlich gewesen, dass ich an die Uni gehe. Und das war bei mir nicht so. Und deshalb bin ich froh, dass andere da an mich geglaubt haben und danke an Frau Hennecke aus Essen-Fischlaken, die da offensichtlich auch den richtigen Riecher hatte. Ich habe da für mich Jahre später daraus gelernt, Mensch, es ist wichtig, seinen eigenen Weg zu gehen, sich auch was zu trauen, sich Leute zu suchen, die auch das Zutrauen in einen haben, auch Ratgeberinnen und Ratgeber, die sagen können, Mensch, du hast das Zeug, du kannst es packen oder versuch es wenigstens. Versuch zu studieren und guck vielleicht auch, was liegt dir besonders. Und das möchte ich euch auch als Ratschlag mitgeben. Überlegt euch, worauf habt ihr wirklich Lust, was treibt euch an, was fasziniert euch, was interessiert euch besonders. Denn meine Erfahrung ist, um da bei der Stange zu bleiben, um da auch mit Frust umgehen zu können und mit den Zweifeln, die man zwischendurch auch hat, ist das wichtig, etwas zu haben, wo man sagt, das macht Sinn. Und da kann ich mir auch vorstellen, in dem Bereich etliche Jahre oder Jahrzehnte womöglich, dann zu arbeiten. Natürlich gibt es auch heute noch strukturelle Barrieren. Was ich aber auch immer erlebt habe, ist, die eigenen Schranken im Kopf, die muss man auch überwinden. Denn natürlich hatte ich auch riesen Lampenfieber, als es um die erste Sprechstunde mit einem Professor ging. Oder wie findet man sich jetzt an so einer Hochschule zurecht? Das ist ja ein Massenbetrieb. Und da hat mir sehr geholfen, mich mit anderen Erstis unterzuhaken und die Uni sich auch gemeinsam zu erschließen. Und auch klar zu haben, Akademiker beißen nicht und Professoren sind keine Halbgötter, sondern selbstverständlich kann man mit denen auch ganz normal sprechen und sollte da auch eigene Schranken im Kopf und Barrieren beiseite legen und einfach auch den Mut fassen, mit anderen gemeinsam da an der Hochschule zurechtzukommen. Es haben schon viele vor euch geschafft und auch du kannst das schaffen.